Also Michael versucht hier noch ein letztes Business aufzubauen mit einem Lederbearbeiter. Er ist durch einen Unfall behindert und jetzt handelt er wegen dem Werkzeug und versucht, dass er da so Brillenetwis machen kann für Michael. Er will schauen, welche Qualität er machen kann. Es ist interessant, was er da macht. So rituelle Messer und seine kleine Lederwerkstatt.